Ja genau, ja genau, was das für ein OP, Scheißdreck. Oh Gott, lol, dead bug, dead bug, oh mein Gott. Was? Dieser Bug? Ich konnte mich nicht bewegen. Unverdient gewonnen. Ey, dieser Part, den ich hier gerade spiele. Du bist einfach schon zehnmal so weit gesprungen wie ich. Junge! Ey, was ist dein bestes Item bisher? Ähm, Gold? Verwickelt, Scheiße. Ich glaube, ich gehe auf Ina-Panne, wenn ich irgendeinen Erfolg habe, weil sie hat drei Bar. Was war das denn? Oh nein! Alles okay, kümmer dich. Hab ihn! Yo! Wow! Nice, Alter! Mega! Shit! Wow! GG, Alter! Full Iron, Enchanted Steinschwert und Dia-Schuhe. Super, hast du auf jeden Fall eine Chance gegen... Dann sind noch zwei gegen einen. Wenn du einen killst, dann... Plus 100 für dich eh. Guck nicht auf das Scoreboard. Denn sonst fällst du unter. Nein! Junge, ich schwöre dir, was ist denn da mit Loh... Aber was ich auch gesehen habe, das fand ich auch ganz geil. Oh! Peter, Alter, was ist denn mit dir? Oh fuck it! Nein! Junge! Junge! Sorry, Mann! Ach Revi, du kleiner Spaggo! Ja. Oh nein, Max, bitte! Max, bitte! Okay, komm ich mit! Nein! 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 Er opfert dich einfach, dass ich ihn nicht kriege! Ich hab dich nicht mehr bekommen, weil du dich beopfert hast! Ja, Max, sehr gut! Sehr nice! Zappel, du hast die letzten zwei Wörter? Ich... Liebe! Okay, jetzt mal zwei Wörter. Hast du noch ein Wort? Hast du noch ein Wort? Dich! Oh! Tschüss! Oh! Damn! Du wirst nicht mehr! Was ist das jetzt noch ein Wort? Nein! Das ist noch ein Wort. Du wirst nicht mehr. Du wirst nicht mehr. Nicht so krass! Was war das denn? David! 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 Oh! Oh! Ich hatte die Kamera, nigger! Oh mein Gott! Du hast noch nie wirklich aufgeschrieben! Oh Mann! Ich musste das sagen! Leute! Leute! Es tut mir leid! Aber! Die erste Karte, die ich gezogen habe, ist die geile Arsch von so... Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Geld! Habt du ein Auto? Nein! Für wie viel Geld würdet ihr mit Revincite zusammenziehen und Palais natürlich? Geld! Habt ihr dieses Jahr vor, mit Judd Urlaub zu machen? Geld! Rückt ihr MacMiller? Ja! Hat das Essen geschmeckt? Nein! Doch! Ist diese Max eine freundliche Typ? Nein! Und warum macht ihr YouTube-Videos? Ja! Was würdest ihr für Geld stellen? Bei welchem Projekt habt ihr euch kennengelernt? Geld! Oder habt ihr euch in real life kennengelernt? Geld! Seid ihr richtige Teppichleger-Experten oder eher so Schrott-Experten? Geld! Richtig süß, wie du diese Schnecke frisst! Da ist übrigens gerade eine Ameise draufgekrabbelt, ne? Ich würde auch gerne mal deine Schnecke fressen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!